jetzt geht das demo los mit diesem rechentrainer das nennt man rechentrainer wenn man trainiert wird oder also jetzt geht es los man drückt hier einfach auf die taste das ist die enter taste hier und dann geht es los was sagt er ganz schnell 8x1 oder so ist 8 nein 9 punkte 0 7x1 ist jetzt drücke ich auf die 7 gut punkte 3 40 durch 5 ist 8 gut punkte 4 2x4 ist 6 9 8 punkte 0 35 8 gut punkte 6 das sind 1 oder was gut punkte 5 6 und 1 7 7 gut punkte 5 30 21 ist 9 gut punkte 5 16 durch 2 ist 8 gut punkte 6 das war's vielen dank für das dass ich das vorwören durfte